Zusammen mit meinem Kameramann und Freund Jonathan Rickel trage ich die Reisen nach Südostasien an, um dort ein Fussballprojekt für Weißen und Straßenkindern umzusetzen. Mit dieser Dokumentation wollen wir zeigen, wie Fussball die Welt verändern kann. Sport wie beispielsweise Fussball ist von fundamentaler Wichtigkeit in der Entwicklung von Kindern. Er hilft ihnen soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit zu erlernen und das Selbstvertrauen aufzubauen. Außerdem bietet er wichtige Voraussetzungen um der Verarbeitung von Problemen und Schicksalsschlägen näher zu kommen. Auf dem Fussballplatz spielen Herkunft, Hautfarbe und der soziale Stand keine Rolle. Der Fussball spricht seine eigene Sprache, denn auf dem Fussballplatz sind wir alle gleich. Ich bin dankbar, die Möglichkeit zu haben, dieses Projekt mit euch zu teilen. Bevor wir das eigentliche Projekt begannen, besuchten wir ein anderes Dorf der ICC, in dem wir den Kindern einen Hygieneworkshop gegeben haben, um infektiöse Krankheiten einzudämmen. Hierbei blieb auch noch Zeit für eine Freestyle-Show, die das ganze Dorf begeistert hat. Musik Die Begeisterung in den Augen der Kinder hat mich sehr beeindruckt. Viele der Kinder vor Ort haben noch nie etwas von der Sportart Football Freestyle gehört und sind durch mich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen. Trotz der Sprachbarriere konnten wir durch den gemeinsamen Sport schnell eine enge Beziehung zu den Kindern aufbauen, weshalb die Workshops uns immer ein familiäres Gefühl vermittelt haben. Die Programmmanagerin Cherie, die das Dorf leidenschaftlich unterstützt und auch im Unterricht kompetent ist, gibt uns einen Einblick in ihre Meinung über den Effekt von Sport auf Kinder und erklärt die Ziele und Wege der Organisation ICC näher. ICC bedeutet internationale Kinderhilfe und unsere oberste Priorität ist, des Kindes zu helfen, die mittellos sind und wenig Schutz und Halt in Kambodscha haben. Das kann bedeuten, dass sie Waisen sind oder dass sie einfach nicht zu Hause leben können. Alle Kinder, die in solchen ungeschützten Situationen sind, werden von uns unterstützt. Eine andere wichtige Sache für die ICC ist es, in Gemeinschaften zu arbeiten, um Familien zu stärken. Über die Hilfe hinaus ist es uns also wichtig, solche Situationen durch solche Projekte verhindern zu können. Wir begleiten die Familien bei Erziehungsfragen, der Schaffung eines nachhaltigen Lebensraums und dem Erwirtschaften des benötigten Lebensunterhalts. Um den Dorfkindern und Schülern unser Projekt vorzustellen und die Möglichkeit zu geben, zum ersten Mal live ein Bild von der Sportart Fußball Freestyle zu bilden, versammelten sich die rund 400 Kinder und Jugendlichen zu meinem ersten Auftritt im Kinderdorf Light of Hope. Durch den Auftritt wurde starkes Interesse in der Sportart geweckt und wir wurden von den Klassen eingeladen, sie im Unterricht zu besuchen, um einige Kunststücke mit dem Ball vorzuführen und auch gezielt Kindern beizubringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Interview erzählt uns eine 13-Jährige, was sie von dem Projekt hält. Sie möchte Lehrerin werden und verbringt ihre Freizeit gerne auf dem Sportplatz vor Ort. Aufregerebcrates auf dem Markt, wie sie das in der Philippe stattfinden, und von unseren Unterricht befindlichen Inst movimiento in die Pflege, die sie bei uns nicht gut befinden, auf dem Internet verbinden ihre Freizeit gerne auf demках. Sie möchte Lehrerin werden und aus dem Projekt zur Rational-Bastell-Bastell-Bastell-Bastell-Basteyer, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch nach Schulschluss war die Motivation der Kinder ungebrochen und das Training ging auf dem Sportplatz weiter. Es machte mich sehr stolz zu sehen, dass sie die Tricks stets auch nach den Workshops weiter trainierten und auch sogar schon gut umsetzten. In dieser Zeit war immer auch Zeit für ein klassisches Fußballspiel und die Kinder konnten die Tricks im Spiel einsetzen. So trainierten wir in den meisten Tagen bis zu sechs Stunden. Musik 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 Dr. Alex Kareem, der CEO der Organisation, schildert Hintergründe der ICC und redet über unser Projekt. Während dem Interview bricht ein starker Regen aus. Gegründet wurde die ICC 1976 in Guatemala nach einem großen Erdbeben, das viele Kinder ohne Eltern zurückgelassen hat. 1978 entstand das erste Kinderdorf in Guatemala. Von dort hat es sich auf viele Plätze der Erde verbreitet. Wir haben viele Kinderdörfer wie hier und betreuen Kinder mit den verschiedensten Schicksalen. Es gibt verschiedene Gründe für uns, ihnen zu helfen. My background is in education. I've been in tertiary education for more than 20 years, in adult education for many years more. And to me, it's so important to develop a child in a holistic sense. The mind, the body, the soul. And so, one of the most important things for a child to learn is Hand-Eye-Coordination. How do you develop that? A parent can develop it. But in a primary school, in an elementary school. Ich war lange in der Erziehung tätig und bin der Meinung, dass es eine lange Liste mit Vorteilen über den Sport beim Aufwachsen gibt. Diese gelten für Geist, Körper und die Seele. Eines der wichtigsten Dinge, die Kinder zu lernen haben, ist die Hand-Augen-Koordination. Wie vermittelt man diese? Ein kleines Kind, beispielsweise im Grundschulalter, das sich mit Ballsportarten beschäftigt und einen Ball hin und her oder hoch und runter spielt, ganz gleich ob Fußball, Volleyball oder andere Arten, lernt diese Hand-Augen-Koordination. Es ist schlimm für mich mit anzusehen, wie junge Erwachsene nicht in der Lage sind, einen Ball richtig zu spielen, weil sie in ihrer Kindheit keiner Sportart nachgegangen sind und elementare Bewegungsabläufe nicht erlernen konnten. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder an Plätzen wie diesem die Koordination zwischen Hand und Auge erlernen können. Denn an dem Zeitpunkt, wo sie Erwachsene werden, ist es dafür zu spät. Kinder zu lernen, die Basis von Hand-Augen-Koordination zu lernen, weil sie bei der Zeit werden, ist es zu lange. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Atmosphäre im Kinderdorf war anders als erwartet. Wir hätten nicht damit gerechnet, in so kurzer Zeit zu herzlich aufgenommen und in den Alltag der jungen Bewohner integriert zu werden. Dass unsere Wahrnehmung durchaus der Realität entspricht, konnten wir durch intensiven Gespräche mit Bewohnern und auch Verantwortlichen der Organisation ICC feststellen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen Unterstützern des Projekts bedanken und hoffen, wir konnten euch durch diese Dokumentation einen Einblick in unsere Arbeit vor Ort geben. Durch die Erfahrung mit den Waisen und Straßenkinder wurde bei uns die Motivation geweckt, dieses Projekt weiterzuführen und zu expandieren.